ja ihr werdet mir zu mein kürtel die anzunechtig buch wir haben immer wieder markus ist immer so ein lahmarschig bei dem vergrüßungen deswegen mache ich das jetzt hier es muss hier kein weltergang auf das reicht das dichtmaterial ist 26 dichtmaterial nein das reicht nicht bei weitem nicht wie mache ich dichtmaterial wir sind auch dabei hier oder ich dabei in Tasche zu machen weil das wird mich ja verlassen hat das grün wir machen das wir verlassen dich alle ok dann tschüss tschüss aber Koffer stehen vor der Burg ne so betten schon wieder holen bitch bitch so fertig mit da hast du schon alles oder was was ja irgendjemand hier muss ja was können alter schwede respekt jungen wenn dann muss ich dir jetzt Rest geben dass du das schon alles gemacht hast da hab ich jetzt ne leiter alter ich fixe jo bist behindert bist du gelähmt alter ne bist du gelähmt alter ja ohne witzes sind mir gelähmt er hat gelitten es hat behindert im kopf das sind die leitern alter so richtig auf den mongo hin jonge super natural so so dann mach ich mal wieder weiter meine diamanten blind und irgendwas stimmt da nicht oder was oh das ist ein kübel auf meiner auf der tasche schwul jetzt mal da was selber rausholen ich brauch ein diamant abel müssen wir welches craften ich hätte denken können müssen leitern viel mitzunehmen oh wir haben coole blöcke auch noch ich lass mal 10 kohleblock hier im system und den rest brauch ich zu diamanten ja das sind dann nochmal ein paar stacks oh ich hab nur noch einen kohleblock im system ist egal das reicht uns naja ich will kein diamantrohr also das muss ich so machen redstone und glas also wir brauchen sand wenn ihr sand habt wir brauchen jede menge sand wieder wir haben keinen sand mehr das haben wir angefangen vor 2 minuten ne ja so ein lappen nein kann ich die maschinen abbauen ohne dass sie kaputt gehen äh keine ahnung probier's nicht ich glaube nämlich nicht ja wieder 17 diamanten wo bist du keller keller ich hab jetzt nen vench genommen äh du hast den falschen wahrscheinlich warts vench hier unten mach mal weg die da die muss hier hin danke jetzt verschwinde gib mir und verpiss dich alle hilf mir und dann kannst dich verpissen mal weg freut euch schon auf stavos noch nicht bestellt ja auf 9 mal nicht rocket leech alter wie geiler ne ne so aktuell ohne scheiß ich feier rocket league grad so hart leute dann gibt es noch nichts auf Video ja ist so deswegen spielst du dir die spieler zu feiern kannst ja der futter hat es verstanden ja das ist aber so gefördert mega ja aber das kann ich jetzt nicht mehr spielen ja das ist klar also muss ich was anderes feiern so läuft es in dem geschäft das 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 ist das ein das 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 wurde aber ich nochmal neuen diamanten gemacht das business läuft oder das 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 ich bücher und comics da auch diese leute mit diesem schutzlaser da dabei dann machen sie es halt in echt jetzt ist hier schon wieder so ein mammutbaum gewachsen oder man wird es sehen wir haben so wenig holz wir wollen mehr holz wir können eigentlich ohne scheiß mal ein bisschen holz verbrennen um sturm zu kriegen ja weil er da haben wir ja nicht was damit auch gemacht wird alles einfach viel zu viel von dir ja von mir aber nie zu viel okay es sind zwei äpfel getropft die haben 50 äpfel meine äpfel mein system weil ich ja nämlich auf einen rotten flash vergiftet mich ja nicht durch meinen anzug ist so geil ich kann ich einfach zum satten flash einlernen das ist ja praktisch er füttert mich auch automatisch das heißt ich muss ja nicht mehr selber ist wir uns nur irgendwo mit darum gehen das ist schon geil oder eigentlich schon gesagt um was es dem film geht ist da was das ist ja 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 dieser schwarze da der farbige und so eine frau denkst du es geht denkt ihr das geht um die zwei an wir haben noch zehn mit so motoren zwänge er einfach gekraftet ja wir haben das mal haben haben wir noch mal zwei jemanden was wir haben haben wir noch ja eben es geht schnell über die Queries naja, hier ist wohl alle, ich bau noch mal zwei neue Queries auf ne, ich mach hier grad schneller die Avanten als die Queries, alter ich habe jetzt alleine der Folge, warte, in den letzten zwei Folgen, warte, ich war Industriel ja, weil halt das Ding, die Query einfach in den Boden rein reinbohrt und du machst dir ja extra ja, mit Sicherheit einfach bestimmt schon so um die 50 landen gemacht, alter machst du extra ja also, ist ja klar, dass du mehr geil lachst nein, jetzt habe ich die Ender-Tanks vergessen, oh man muss ich einfärben, mache ich mit Redstone, gell? noch mal auf Englisch was heißt, wie heißt der Gravel ah ja, Babel aber haben wir auch noch 18.000 Problem scheiße, ich muss immer wieder ach, ich muss immer wieder ein paar Stacks Flint mit mir herstellen, damit ich wieder neue Diamanten machen kann aber ich kann aus 18.000 Gravel, kann ich auch 18.000 Flint machen und aus 18.000 Flint kann ich ungefähr ein paar Tausend Diamanten machen hehehehe okay, oder? warum haben wir unsere Ender-Tanks? also, warum haben wir drei Ender-Tanks? also, wie gesagt, ich habe drei gemacht aus der Seele ähm, wie färbige ich denn die nochmal mit, ähm, Farbstoff, gell? mit Farbstoff, ja rot rot und und krank krank Mit der Fug... ... So, wurde kurz gestört... ... Bin ja da, Leute. Geht weiter mit Plantieren. Ja, was geht weiter? Plantieren, hier... Planieren, meinste? Ja, Planieren. Planieren, ja. Bist noch nur schwerhörig, mein... Nicht nur doof, auch schwerhörig. Was? Nicht nur doof, auch schwerhörig. 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 Ja, welches Brot haben wir denn? Ich verstehe das denn auch, oder? Woher kommst du denn? Nein, sag's nochmals. ... 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 ok gleich mal ein bahn ne ja ich muss die erste strom ab geht an mich weiter aus der stunde der gesessen er er hat dieses ding ist ja erst auf halber kraft gelaufen und dann um es in der halt stopp was sagt das soviel alles sagt eine Möller erhältlich kann er nicht mehr wenn wir hatten wahrscheinlich machen politischen mehr Strom als eine FN MFSU einfach aufnehmen kann er wird sehr voll nein auch den Prozess um die Grenze überlegt dass der Prozent gut ja dann ist es schon gut umgekehrt glaube ich das ist immer die Ansage von mal er glaubt mal wieder mit in der Kirche und glauben, wir haben 15 Minuten. Ja, wir haben 15 Minuten. Oh, fuck. Weil ich ungefähr 249 angefangen habe. Ungefähr, glaube ich. Glaube ich. Und dann würde ich sagen, wir sind zweioperat 이�end ふ oder so. Oder auch irgendwas anderes. records the extending nschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü bir controvers 법 Und dann würde ich sagen, wir sind jetzt zehnmal weiter Palestine aufpierne Prophetお願いします APIs oder auch so oder irgendwas anderes. Bis zum nächsten Mal.